Ja gut, ich glaube Scheiße Ich glaube, die meisten Sachen werden hier die Leute auch kennen Ne, was ich gerade sagen wollte Ich muss mal gucken, wie das jetzt hier ist Mit der Aufnahme In der letzten Aufnahme hat das ganz schön geruckelt Also nicht nur in-game Sondern auch die Aufnahme selber Hat die ruckelt Und ich weiß nicht, woran das lag Also es hat teilweise da gefreezt wie Sau Dafür entschuldige ich mich auch nochmal Eine Gasmaske, geil Was? Alter, die sehen ja aus hier Was ist denn mit denen los? Ich bin nur vorbeigefahren, ich hieß noch nicht Ja, kannst du mal sehen, die mögen dich Oh geil Achso, Gas Ich kann die mehr lesen heute, was ist denn los? Kopftücher Aber 6.000 und, ey, oah Ja, passiert, ne? Für nur so ein Schalding um den Kopf Und dann Da hast du fast 7.000 Dollar Ja, ja, USA ist teuer, ne? Ich meine, wenn du sogar für eine normale Papiermaske 1.500 zahlst Da wundert mich gar nichts mehr Hm Schi-Masken Motorrad, so Das geht mir mal, hab ich gerade gelesen Ey, was ist denn los heute? Da hab ich mich jetzt verlesen? Setz mal deinen Helm auf, mein Lieber Ich glaub, ich hab mich verlesen Das ist gut Bring mal mein Motorrad zurück Hey, krass Was für Masken gibt dir Philipp kennt den Weg schon auswendig Mit der Leitung Der ist ihn heute schon 300, 380 Mal abgefahren Ja, ja, Papiertüter, 1.500 Dollar Ja, ist fast so teuer wie hier bei uns Ich glaube, wir zahlen, ähm, na, 1450 oder so Euro, toll Oh, cool Diesen Pixel verschätzt Schi-Maske Irgendwie, also ich weiß nicht GTA läuft zur Zeit irgendwie nicht mehr rund bei mir Toll Gut, ähm Jetzt warte ich mach mal folgend Ich bleib jetzt hier einfach mal auf der Straße stehen Hier ist es am sichersten für mich Ähm Für dich Ja, für mich Ich mach mal hier so ein paar Sachen Runter, glaube ich Bevölkerungsdichter Da stil und dann Outfit Textur machen wir mal Hallo Ja, bitte Ach, ich muss vom Motorrad bis zum drunter Machen wir mal auf normal Ähm So, warte mal Nein Dann kann ich ja Hä? Warum kann ich kein Outfit wählen? Kann ich ja das so lassen Aber das hier Auf normal stellen Nein, normal So Änderung übernehmen Ja Achso, ah, verdammt Nee, okay, dann muss ich es beim nächsten Mal machen Müsstet spielen neu starten dazu Ja, okay, das macht sich jetzt doof Dann muss ich schauen, dass ich das, äh, müssen wir schauen, vielleicht machen wir nachher mal eine kurze Pause Ansonsten, ähm, gucke ich, dass ich da zum nächsten Mal hinkriege Ah, da ist es Ausrüstung Seitdem du druckelt jetzt gleich so extrem, dass, äh, dass ich sage, alle klar Äh, die ändern sich das, äh, 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 würde er mich verarschen? Ja, immer ich habe mir gerade eine maske oder so geholt und der zeigt mir das nicht an unter accessoires ist das ja habe ich ausrüstung brille hut maske ach da ok hab schon ja ich gute maske geholt ist voll gut da gibt es auch eine mädchenmaske die hast du dir auch gleich geholt ja schwere arbeit aber muss ein bisschen über über stunden machen im bergbau und dann hast du dich wieder drin ja guck mich nicht an mann wegen dir bin ich jetzt hier runtergefahren da ist jemand gestorben warum denn das das so wollte ich jetzt nicht sagen aber du hattest wieder gesagt was für ein punkt ist denn das hier wegpunkt das bin denn ich gewesen der müsste jetzt weg sein heute zum klub da siehst du aber vorhin wo ich im auto saß und hingefahren bin da habe ich gar nicht auf die karte geachtet ja also ich brauche teilweise auch nicht mehr achten aber halt nur wie gesagt teilweise ich kenne mich jetzt war schon ganz gut aus aber ja noch nicht hundertprozentig sicher ach naja ich hab das mega geile fahrzeug das mega geile fahrzeug alter mit den mit den ruckeln hätte das echt schrecklich ich glaube ich mach mal gleich einen neustart komm mal nach draußen damit damit ihr wisst dass ich hier bin bin da alter was für eine fette karre wortwörtlich die kann man richtig besteigen mit leichtigkeit sogar da kommt man von hier aus jetzt wissen es ein bisschen mehr ran hey das war meine mein motorrad blöd man jetzt muss mal gucken ob das jetzt klappt oh kann man kommt na schön aber ich glaube nicht oder ja doch jetzt jetzt klang gerufen hier guck mal wie sie ihn da hinten retten wollen und sie schaffen es nicht dass ich jetzt schon die gucken ihn nur an schön mit dem kopf und dann gehen sie wieder ich möchte da mindestens zwei kugeln drin von mir das ist gut mindestens sogar du bist ja aber lief fucking flachen kollegen kann ich euch helfen jetzt zeig dir du bist ersthelfer alter so aggressiv die leute ich habe hier nur nachgefragt was zu so machen wie es denen geht die wollen mich gleich zusammenschlagen was denn los hier gut so jetzt aber nicht ab ich hab nicht manche der hatte 25 ja das macht meiner auch ab und zu er musste denn im inventar wieder ausziehen ich hab keine ahnung ist irgendwie buggy gut okay entschuldigt leute ich stelle mal gleich die grafik ein bisschen runter ja ich stelle mal die die auflösung runter und dann ja dann sehen wir uns gleich nach einer kurzen pause wieder also bis gleich ja und da sind wir wieder zurück so ich habe jetzt meine grafik ein bisschen runtergeschraubt und hoffe jetzt ruckelt es weniger soja wo seid ihr denn eigentlich hast du fein gemacht ich bin mein motor du bist mein motor okay marcus recht in der nähe naja ich bin auch ich will mir ein taxi und bin dann drei stunden da ich muss gleich meine mein lautstherkunde drehen hier was president noch mal sehen denn du wieso seid ihr noch nicht reingekommen in den club ich habe euch eigentlich schon eingeladen ist man denn als ich wieder hier auf dem server war drei jahren ich kann ja ich warte mal ich kann ja wieder hier muss ich das doch machen was da so also ein ja philipp ist bei der hat sich jetzt gerade einnehmen eingeloggt also ich kann jetzt nicht annehmen weil ich fliege ich bin über euch da über mir nicht mit marco nicht versuchen kommt ich habe besser und das macht mich wieder passiert es gibt es doch nicht hat hat er dich gekriegt oder was die der letzte der erste fahrt direkt neben meins fallen ja wo es war wirklich ich habe nicht hingeguckt naja das ist explodiert und du mit nämlich ich bin aber schon mal ich habe drei vier weniger ach ok bekommt ihr den haken nehmen oder willst du mit fliegen da ist doch ein haken dran äh da schießt irgendjemand auf mich das ist nicht gut ich muss aussteigen also ich glaube dass die filter set hier immer noch ruckelt aber nicht mehr ganz so stark glaube ich ja wenn du nicht mit fliegen willst musst du sterben das ist klar vor der garage bin ich geflogen wollte es würdest du den cargo bomb abspeichern ja in meiner garage ja 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 das steht hier gut kann ich den noch fliegen ganz bestimmt äh ich fahre ich gerade dann vorbei eigentlich nicht aber ich glaube ich muss ja runter gerade aber brauchten wie blau du die braucht hat er ans andere nämlich ist der kinder ne 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 das meine ich doch nicht ich brauche einen weg schwarz black so marco jetzt hast du aber zeit beizutreten ja damit werde ich wieder verprügeln können also bin ich ich bin am motorrad club ja hier ist hier ist eine große fliege auf der straße zum auf mit den scherzen jahre soll ich mal wir spielen hier ganz ernst ok mein laptop noch unterdrehen mein laptop ärgert mich heute hoch er will heute auch nicht keine ahnung muss ich mich später drum kümmern so was haben wir denn hier für aufgaben wieder in die rübe weghacken wir können ein paar munitionskisten hochgehen lassen wenn ihr wollt was brauchen wir was brauchen wir wäre ratsam oder halt irgendwie irgendwas was entweder haftbomben oder halt hier ja normale handgranaten und so weiter also man kann auch dauerhaft darauf schießen dann brauchst du aber viel mehr munitionskisten als wenn du dingst nimmst ne haftbombe oder so verbrenn die munition ok verbrenn ok na mal gucken ich hab kein feuerzeug nicht drauf ok 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 ja das kannst du nicht den kann man nehmen ok ja kann ich machen marco fliegt schon rüber so das ist ja hier gleich ich gesehen habe haben wir das schon gemacht ich glaube ich wollte es bekommen ja du ja du ich kann bloß keine dingssets absetzen äh mullis achso hm oh so wollte ich auch grad werfen so das war die erste so ja gut doppelt hält besser jetzt kommt was brennbares pass auf aber ja brennstoffe ja das brennt das ist gut ich bin tot oh haha ich hab einen losgelassen ja das ist das gut es bringt allen richtig viel mit dem mann flamme einfach ja ich mache aber versteck dich doch ach mann ja mullis habe ich ja ach So, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier oben ist irgendwo da was. Oder hier unten? Ah, hier bei mir. Ja, da. Dann geht man da weg, weil da macht es gleich Kaboom. Ja, da vorne ist noch einer. Wahrscheinlich hier oben. Die wird natürlich bewacht, so wie das aussieht. Oh, da hinten. Ja. Das Bein geschossen tot. Jetzt versteckt er sich. Willst du da, wo ich werfen will? Äh, ich würde da weggehen. Mach's gut. So. Jut, jut. Na, das ging ja fatzfatz. Oh, Alter, war das hart, du. Ja, das war richtig... ...unstrengend. Das Auto da oben steht gut. Achso, du hast ja ein Heli. Warte mal, ein Comic mit. Ich komm mit. Ich hab mich hier mal einen Stein gelegt, das ist gemütlich. Das ist ein Rapp. Du hast da ein paar gute Arbeit gelegt und du hast es alle gebeten. Du kommst mal heute Abend. Yay. Na, ist das jetzt ein bisschen Übergewicht oder geht das? Ja. Wohin? Ähm, ja, was wollen wir machen? Die Aufträge kennen wir ja eigentlich soweit. Ja. Ja. Wir können noch ein paar rote Kreise suchen, ob wir dann noch mal kriegen. Ja, stimmt. Das können wir noch machen. Ein paar Gangaufträge. Dann futter ich mal jetzt auf den Flug. Äh, musst du mal hier überall rüberfliegen. Irgendwo kommen denn diese Kreise. Ähm. Was wollte ich jetzt hier? Inventar genau. Snacks. Snacks. Ach, rundum Flug machen, ja. Ja, genau. Ich hab hier eine E-Cola noch. So ist irgendwie ein schönes Einkaufs-Center. Ist mir scheiße egal. Hey! Ja, morgen auch noch. Immer diese Anrufe. Immer diese Belästigungen. Was ist denn hier los? Okay.